ARD Text im Auftrag von Funk 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 Es ist eh immer das gelbe Kabel. BAM! Oh, so geil, ey. So geil. Ist er dich in die Luft gefahren? Ich hab hier so ziemlich, äh, andere Videos von Fatty gesehen, die er da gepostet hatte. Es ist eh immer das gelbe Kabel. Beschlossen bin ich, Mr. Obama. Was ist da was? Oh, geil. Wieso liegst du da so gay? Was? Okay, lass es fallen und lass es liegen. Irgendwo ist eine Siegerkette. Was für Munition braucht... Oh, die Sieg braucht. Okay, lass mich mal in den Erinnern. Schon wieder? Okay, Alter. Was machst du mit den Props? Was ist das? Lalalalalalalala! Da will sich immer der Leand. Achtung! Oh mein Gott! Was ist das? Oh mein Gott! 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 Was ist das denn? Hallo? Alter diese Kettensäge! Die ist so laut. Bring... Fritte Fett, weil du so nett bist, bring ich bei der nächsten... Gumba K.O.S. Gumba K.O.S. ...bring ich dann auch Klapplöschchen mit. Und nicht nur Sam. Die beiden sind die letzten glaube ich. Nein doch nicht. Ah fuck. Willkommen im Skop. Aha Fritte, also willst du nicht das Klapplöschchen mitbringen, sondern nur Sam? Ich muss nachladen, warte. Hey, over here, hey, over here! Ich muss sagen, guck mal jeder ist total scheiße. Ich töte schon den T und dann sowas. Das hat die Verinnerung. Könnt ihr das spielen? LOL LOL Was denn? Was denn da passiert? Was denn da passiert? Wir sind da weg. 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 Wir sind da weg.